Moin moin hallo, hier OZERO. Wir sind gerade mittendrin, Life is Strange. Let's play Teil 3. Story in Kurzfassung. Wir sind ein junges Mädchen, das anscheinend in einem Tagraum aufwacht, der kurz vor der Zerstörung der Stadt steht mit einem großen Sturm. So habe ich mich mal zusammen gereimt jetzt. Wir wachen in der Schule auf, werden ein bisschen, also so ein ganzes Mal in der Fotografie-Schule, wir werden so ein bisschen geärgert von einer. Da gehen wir auf die Toilette, sehen dort einen Mord, können aber die Zeit zurückspulen, haben den Mord jetzt verhindert und sind gerade dabei, den Schüler, der die Waffe jetzt, wir haben zumindest dem Direktor erzählt, dass dort nur der Schüler mit der Waffe war, haben wir gerade angeschwärzt, aber es ist nicht so einfach. Der Schüler ist, der gehört zu einer reichen Familie, reicht jetzt zur Erklärung. Ich habe also die Wahl. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist auch eine Sache, die man bei, ähm, ach, wie heißen denn diese, äh, Zombie-Kacke da? What, what, what left for that? Nö. Ach, ich habe die auch irgendwo rumstehen. Ihr wisst ja, welche Staffel ich meine, wo es eins und zwei gibt von Telltale. Und, ähm, da hat man auch immer sehr viele Entscheidungen zu treffen, wo man dann am Ende natürlich die Story beeinflusst. Und das ist eine Sache, die ich natürlich sehr, sehr liebe, aber auch natürlich, äh, ich bin halt immer gerne, der immer genau weiß oder alles abwägt. Und das kann man hier, ja, das ist schon besser als bei... Lass ich auch nicht auf den Namen kommen. Ist doch behindert. Ich muss das mal eben gucken. Also, The Walking Dead, da hat man ja immer viel, ähm, Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, was das auslöst. Und hier hat man zumindest, das kennen wir schon, das ist eine Vermissel. Sie heißt Rachel Emma, ist 19 Jahre alt. Das hängt überall in der Schule rum, das nebenbei. Und man hat halt, ähm, bei Walking Dead immer die Entscheidung, ohne zu wissen, was passiert. Hier hat man wenigstens, wie ich schon sagte, zumindest wahrscheinlich die Chance, ähm, kurzfristig zu gucken, was passiert und dann zurückzuspulen. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Was geht hier bei dir, Broke? Hi, Broke. Let me guess. You wanna fly my drone? Ich... Oh, Wobby. I love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? Uh, you read Scheiße. Alles klar. Wir wollen die Drohne fliegen. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? Uh, you read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Ah, siehst du, das ist dann eine Sache. Ich hätte wahrscheinlich irgendwo vorher mich schlau machen können. Was eine Drohne direkt ist, dann hätte ich jetzt fliegen können. Das ist doch scheiße. Wir probieren's nochmal. Ja, dann eben nicht. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt natürlich. Fliegt sie? Fliegt ich? Ne, sie fliegt selber. Okay. Ja, die Drohne ist schon ein anderer Blickwinkel von allem. Das ist schon cool. Aber naja. Wir sind ja auch entscheidend sehr begabt. Wieso, ich habe nur die erste Episode, also Life is Strange Episode 1 gespielt. Ich habe sie sehr, sehr genossen. Und sie hat auch sehr viel Lust auf mehr gemacht. Aber dann war halt, sie war frisch auf dem Markt. Dann hatte man halt, ich sag mal, das Problem, dass man ja einfach sehr lange warten musste. Und ich hasse warten. Ich bin dann in so einem Hype drin. Und dann ist es schwer für mich, nach diesem Hype auch wieder einzusteigen. Deswegen, derzeit sind vier Episode auf dem Markt. Deswegen werde ich jetzt einfach die erste spielen. Dann die zweite, dritte, vierte. Und dann hoffe ich, dass in dem Zeitraum, weil ich habe ja nicht jeden Tag Zeit zu spielen, die fünfte auf dem Markt ist. Und ich glaube, sechs gibt es im Ganzen. Gut. Wir quitten mal. Weiter geht's. Machen wir uns mal auf den Weg, wo auch immer wir hin sollen. Wir haben eine Nachricht von Vaughan. Was haben wir gehabt für einen Verlauf mit dem guten? Do you want to meet for coffee after school? I need an excuse to not study. Er will sich mit ihr treffen, damit er nicht studieren muss. Bitte. Und sie soll was auf dem USB-Stick upchecken. Aber irgendwie antworte ich nie. Und er will sein USB-Stick wieder haben. Ah, alles klar. Sorry, running late. Insane day. I met you on the loot. Looking cool, you see. Okay. Okay, sie haben sich verabredet. Mom. Happy Birthday, Maxine. Am 21.09. hat er Geburtstag. Oder war das die Uhrzeit? Nee. Kate. Dad. Ob die sich wohl getrennt haben? Naja, irrelevant. Hey, I better go to my dorm and grab that flash drive. Wo geht's denn hier überlang? Parking? Swimmingpool. B-Sitter 1. Ja, alles klar. SMS. Ah, wir haben ja nichts Tolles. Okay, dann gehen wir mal. Wir gehen mal in Richtung. Es geht ja nur in Richtung. Parking. Ist das... Ja, das ist doch Rachel, oder? Die vermisste. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja. Okay, verkehrte Richtung. Ganz offiziell. Sollen wir in unser Dorn, sprich in... Nein, wir sollen nicht sitzen. Äh, zu unserem... Zimmer. Wir scheinen ja dort wirklich schultechnisch auch schlafen zu können. Also ist das schön... Ist das da nicht eher College? Aber dafür sehen alle 40 Junge aus. Oh, wir gucken mal. Wir wollen ja nichts verpassen. Oh, ich höre die Drohne. Let's see if you're worthy of it, Max. You have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Klar, das ist ja wohl Robert Disney. Oh, my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Ich glaube schon, dass ich die Chance habe, mein Freund. Hey, Evan. Let's see if you're worth... Natürlich. Ist ja ganz easy, das ist... Eugene Smith. Eugene Smith. Eugene Smith. Well, they both wore famous war photographer images. But you should know the difference. Auch nicht richtig. Nochmal das Ganze. Hey, Evan. Let's see if... Natürlich ist es Robert Kappa. Robert Kappa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Ich könnte jetzt sagen, oh, ich wollte den sowieso zuerst nehmen, aber... Ah, nö. Oh, ich hab grad Aureschmerzen. Ah, so ist besser. So, jetzt kann ich mir sein Portofilo angucken, also seine Fotos. Rachel. Hm. Ähm. 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 trinken dafür mache ich ihm das herz hat hoch so weiter geht's so so wirklich schöne spielen muss wie gesagt ja ich sagte ja auch in der ms dass wir uns die grafik noch mal einen helligen tag angucken ist doch wunderbar nicht das kann ja das ist ein held besser ich bitte gut dann schnangen wir mal mit rota lily hier ja 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 Recycler BIM Wow, du kannst den Müll angucken Okay, die lassen mich wohl nicht in Okay, Victoria unser Liebste Okay, also ich muss ja gestehen, dass ich mich vage daran erinnern kann, was ich zu tun habe Ich muss das Ding hier glaube ich einmal anschnackern Oder auch nicht Okay, ich weiß eigentlich was ich tun muss, aber es wurde mir nichts angezeigt What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria, it's just water Yeah, water on my cashmere Do you know how much this fucking outfit cost? You look great I can't even chill on the steps Okay